Herzlich Willkommen zu Rainbow Six Siege. So Situationen, keine Infos. Wir waren hier stehen geblieben bei Zelle neutralisieren, jetzt machen wir keine Infos. Aufgrund der schweren Befestigung dieses Ortes haben wir nur wenige Infos. Du musst den Ort auskundschaften um einen Antriebspunkt zu finden. Lokalisiere die Geisel und ... Wurden wir uns vorstellen, wir machen das wahrscheinlich mit Multiplayer. Erst die Drohne durchschicken. Erst mal gucken, was man so für Möglichkeiten hat zur Geisel zu kommen. ... 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 Ja ok, das war jetzt ein scheiß Fehlversuch, hab zu vorher gespielt, aber es war schon ein guter Ansatz wie ich da vorgegangen bin, nur ich hätte mich mehr drucken müssen. Egal, machen wir nochmal, gehen wir hin. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Ja, es ist besser jetzt. Die Geisel ist in Sichtweite. Geisel entdeckt, zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Geisel entdeckt. 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 Das war's. Vorstoß gegen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geisel gesichert, zum Evakuierungspunkt begeben Feinde nähern sich, die Geisel gesichert werden Mehr nach, jetzt All 5, Crystal Das war jetzt dumm von mir Ich bin jetzt schon als erstes in die falsche Richtung gelaufen Das war mein Fehler Wie könnte man das jetzt besser machen Ich muss gerade mal überlegen Eigentlich war das eigentlich alles richtig gemacht Nur ein bisschen zu voreilig Also ich bin dann falsch rumgelaufen Wenn mir der Geisel in die Richtung gelaufen wäre Natürlich die Gegner gekommen Aber es ist ja kein Problem Weil dann hätte ich die mal kurz absetzt Und hätte die abgefallen Aber ich habe auch ganz falsch in die Richtung gelaufen Da jetzt blöd war das einfach nur Ja, wo bin ich jetzt überhaupt? Wann bin ich jetzt auf der Seite? Ja, gut Wir brauchen Sichtkontakt zu Geisel Ja, jetzt sehst du wo es ist Ja, jetzt seht du wo es ist Das war klar, dass der Bomben hat Und ich habe so gewusst Da ist es. Heilt mir diese Blenderei Geisel gesichert, zum Evaluierungspunkt begeben Feinde herzig, die Geisel muss gesichert werden Lauf, sieh los! Hinter mir bleiben Ja komm, was mach ich denn? Ja ich will alles zu voreilig machen, was mach ich denn? Die Geisel localisieren So, jetzt mal voll konzentration Ich bin hier voll konzentriert heute Ich bin hier voll konzentriert Und hier Ich bin hier voll konzentriert Und hier Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Zur Position der Geisel begeben und die Geisel sichern.